Mit der Volksbank Salzburg arbeite ich sehr gut und sehr eng zusammen, besonders seit dem Neubau in Bruck an der Glockner Straße, unserer neuen Betriebsstätte, da haben uns die Herren sehr gut geholfen, dass wir auch mit den Förderungen weitergekommen sind, mit einer Zwischenfinanzierung in dem Sinn, war nicht sehr viel notwendig, aber trotzdem, es war einfach immer die Hilfsbereitschaft da und ich muss sagen, das Team in Schüttdorf ist wirklich ein tolles Team, man kann mit allen Anliegen hingehen und ich bin sehr zufrieden und arbeite auch mit dem Herrn Radlwimmer sehr gut zusammen. Ich kann jedem nur empfehlen, diese Bankfiliale zu besuchen.